Meine liebe Tochter, nach über 20 Jahren ist es mir nur gelungen, diese Zeitmaschine zu erfinden. Wenn ich diesen Hebel nach rechts drehe, dann geht die Reise in die Vergangenheit. Und drehe ich diesen Hebel nach links, dann geht die Reise in die Zukunft. Du, mein liebes Kind, sollst nun die Erste sein, die sagt, wohin die Reise geht. Und mein Vater, in die Vergangenheit. In die Vergangenheit, ja. So ein Scheiß. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Meine Damen und Herren, hinter dieser Tür muss jeden Moment die Sitzung des Sicherheitsrates zu Ende gehen. Es wird hier heute entschieden, wie es mit der inneren Sicherheit unseres Landes weitergehen soll. Ja, ich glaube, da kommt auch schon der Präsident. Herr Präsident, eine Frage, wenn Sie vielleicht ganz kurz erläutern könnten, wie das Ergebnis aussieht. Tja, zicke zacke Hühnerkacke. Ah ja.